Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Show, wie schlau ist. Und heute wollen wir mal herausfinden, wie schlau ist eigentlich Semmel? Also ich persönlich würde ja sagen, überhaupt nicht, aber hey, wir können das ja mal testen, oder? Und in dem Sinne haben unsere netten Assistenten einfach mal ein Parcours aufgebaut und wir testen, wie lange er braucht, um von A nach B zu kommen. A ist in diesem Fall das Schlafzimmer und B ist das Gehege. Wie wir an dieser Stelle unweigerlich sehen können, hat Semmel keinen blassen, wo er gerade ist und lokalisiert erst mal die Richtung, in die er ungefähr gehen muss. Oder guckt einfach nur dumm in der Gegend rum. Also wir wissen das noch nicht so genau. Ah, guck mal, er setzt sich in Bewegung. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, ob er es auch tatsächlich schafft oder wir gleich einen Rettungstrupp losschicken müssen. Unglaublich, er ist schon durch den Flur. Er arbeitet sich ins Wohnzimmer vor. Bravo, bravo, der Herr. Jetzt ist er an dem kolossalen Vollidioten vorbei. Und drei, zwei, eins, er ist zu Hause. Wuhu, er hat es tatsächlich geschafft. Ja, ich würde sagen, für dieses Meerschweinchen ist das eine wahre Meisterleistung. Und ja, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, wir setzen Meerschweinchen random in der Wohnung aus. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund habe ich das Gefühl, dass wir irgendetwas vergessen haben. Hallo? Hallo, ist da jemand? Hallo? Jetzt haben die mich hier hingesetzt und ich habe keine Ahnung, wie ich nach Hause komme. Also, wenn ihr nicht mit mir spielen wollt, dann sagt das doch gleich. Euch rolle ich alle über den Haufen. Dann wisst ihr, was ihr davon habt. Hallo? Ha, wird schon nichts sein. Vergesst nicht, das Video zu bewerten, zu abonnieren und den Ruf der Armee zu verbreiten, auf das wir immer mehr werden. Bis dann. Ciao. Blech.